Der Mensch und sein Hund. Eine Partnerschaft, Jahrtausende alt. Eine Freundschaft fürs Leben. Eine Beziehung, die nicht selbstverständlich ist. Der Hund ist kein Mensch. Der Mensch ist kein Hund. Und trotzdem, Mensch und Hund. Eine echte Partnerschaft. Der Hund muss sich an die Lebensgewohnheiten des Menschen anpassen. Der Mensch an die Lebensgewohnheiten des Hundes. Das Prinzip hierfür, Vertrauen zueinander, Achtung und Respekt voreinander. Darauf basiert die Hundeerziehung von Gudrun Feldmann von Schröder. Ein Erziehungsstil, der dazu führt, dass Hund und Mensch harmonisch miteinander leben können. Und eine Partnerschaft entsteht, die für beide lebenswert ist. In diesem Film werden wir lernen, wie wir für unseren Hund Verantwortung übernehmen können. Wie wir ihn erziehen können, ohne ihm seine Würde zu nehmen. Ohne ihn zu knechten, zu ängstigen oder ihm Schmerzen zuzufügen. In den nächsten 40 Minuten erfahren wir, wie wir unseren Freund Hund zu einem echten Partner machen können. Die Kunst, mit dem Hund zu reden. So habe ich diesen Film genannt. Und zu unserem audiovisuellen Kurs begrüße ich Sie herzlich. Seit über 20 Jahren habe ich das Verhalten der Hunde beobachtet. Mein spezielles Augenmerk legte ich auf das soziale Verhalten der Hunde. Ich wollte wissen, wie die Hunde sich miteinander verständigen und wie sie ihren Umgang miteinander regeln. Aus den Ergebnissen dieser Studien entwickelte ich eine Trainingsmethode, die sich heute großer Beliebtheit erfreut. Das kennen wir. Menschen kommunizieren miteinander. Nicht nur über die Sprache. Auch über Gestik und Mimik, also über die Sprache des Körpers, tauschen wir Informationen aus. Für Hunde gilt das genauso. Auch unter ihresgleichen geben sie durch die Körpersprache Signale. Nonverbale Informationen, die durch ihre Eindeutigkeit keine Missverständnisse zulässt. Die Stimme des Hundes spielt eine untergeordnete Rolle. Sie verleiht lediglich seiner Körpersprache Nachdruck. Und noch etwas verrät uns das Kommunikationsverhalten. Jeder Mensch achtet bewusst oder unbewusst auf seine Individualdistanz. Auf die Einhaltung einer intimen Sphäre, die in der Regel nicht verletzt werden darf. Wird diese Individualdistanz zum Beispiel von Person A unterschritten, fühlt sich Person B unwohl und bedrängt. Wird der Abstand wieder reguliert, entspannt sich die Situation zwischen den Personen. Beim Hund finden wir diesen Mechanismus auch. Und genau das können wir uns für die Kommunikation mit ihm zunutze machen. Wir stellen also fest, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Hund, die für unser Ziel wichtig sind. Dies betrifft die Körpersprache und die Individualdistanz, also die soziale Verständigung. Fassen wir diese Grundlagen noch einmal zusammen. Die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse von Hund und Mensch unterscheiden sich scheinbar grundlegend voneinander. Nie würde es zum Beispiel einem Menschen einfallen, nach Mäusen zu graben. Ein Hund tut das liebend gern. Dagegen ist selbst ein gutes Buch für einen Hund nicht lesenswert. Er würde vielleicht höchstens daran herumknabbern. Aber wir haben auch die Gemeinsamkeiten zwischen Hunden und Menschen kennengelernt. Die Individualdistanz und die Körpersprache. Sie bilden die Schnittmenge. Das ist die soziale Verständigung. Die Gemeinsamkeiten ergeben grundlegende Verhaltensmuster, die die Kommunikation zwischen Mensch und Hund erleichtern. Der Hund weiß jetzt, was wir Menschen von ihm wollen. Und der Mensch, umgedreht, weiß, was der Hund uns ausdrücken möchte. Wir brauchen kein Würgehalsband, das den Hund erwürgt, wenn er zieht und ihm damit Schmerzen bereitet. Wir brauchen auch kein Stachelhalsband mehr, das mit den Stacheln dem Hund am Hals große Schmerzen zufügt. Und das auch noch beschönigenderweise Erziehungshalsband genannt wird. Und wir brauchen auch nicht diesen Kälberstrick, die Moxonleine, die den Hund erwürgt, wenn er zieht, und stranguliert wie einen Menschen, der durch den Strick zum Tode verurteilt wird. Mimik, Gestik und die Körpersprache des Menschen. Das ist die Sprache, die der Hund versteht. Genauso spricht der Hund. Und genauso antwortet er uns. Wir Menschen können diese Sprache erlernen und richtig deuten. Und wenn wir das können, beherrschen wir die Kunst, mit dem Hund zu reden. Wir Hundebesitzer sprechen aus Erfahrung. Die Kunst, mit dem Hund zu reden, sie ist nicht so einfach. Wir sind oft überfordert und wissen nicht, warum sich unser Hund so verhält, wie er es manchmal tut. Und wir reagieren darauf, ohne zu wissen, ob unser Handeln angemessen und sinnvoll ist. Manchmal ist es sogar ein richtiges Dilemma. Der Hund hat keine Motivation für das, was wir von ihm wollen. Dann wieder viel zu viel Motivation für etwas, was er im Zusammenleben mit uns Menschen nicht darf. Daher suchen wir Hundebesitzer nach Erziehungswegen. Die Bedingung ist, der Hund soll in der Erziehung das Vertrauen zu seinem Freund Mensch erhalten. Und er soll spüren, dass sein Freund Mensch ihn achtet und respektiert. Die Feldmannsche Erziehungsmethode ist in drei überschaubare Lehrabschnitte gegliedert. Als Lehrling soll der Hund das Vertrauen des Menschen erhalten. Als Geselle wird er die Frage nach der Rangordnung stellen. Als Meister wird er seinem Freund Mensch zuverlässig verbunden sein. Auch der Mensch ist in seiner Berufsausbildung zunächst Lehrling. Als Zimmermann etwa lernt er die Werkstatt kennen und seinem Ausbilder zu vertrauen. Er lernt grundlegende Handgriffe und die Handhabung von Werkzeugen. Die Lehrlingszeit des Hundes im Zusammenleben mit dem Menschen ist davon geprägt, Handlungen zu lernen, für die er keine Motivation hat. Oder die er sogar ablehnt, weil sie völlig unhundlich sind. Zum Beispiel soll er sitzen bleiben, wenn ein anderer Hund an ihm vorbeigeht. Langsam laufen, wenn er rennen will, weitergehen, wenn er schnüffeln will. Wenn der andere Hund vorbeigegangen ist, entspannt die Hundeführerin die angespannte Situation. Unhundliche Verhaltensweisen erlernt der Hund nur dann zuverlässig, wenn wir ihn positiv dazu motivieren. Während der Lehrlingszeit entsteht so das Vertrauen zwischen Mensch und Hund. Dies ist für die weiteren Erziehungsschritte von entscheidender Bedeutung. Ohne Aufmerksamkeit ist keine Kommunikation mit dem Hund möglich. Er muss wissen, wann für ihn ein Gespräch beginnt. Und er muss die Aufmerksamkeit halten. Dafür wird er belohnt. Nie darf der Hund das begonnene Gespräch von sich aus beenden. Der Mensch beendet grundsätzlich das Gespräch und löst die Anspannung mit einem Handzeichen. Alle Sichtzeichen, die wir in unseren Übungen verwenden, haben natürlich ihre bestimmte Bedeutung. Ich werde sie Ihnen jetzt vorführen und im Anschluss daran werden wir sie in Verbindung mit dem Hund sehen. Wir nehmen uns das Sichtzeichen Sitz vor. Sitzen, mein Hund. Die Hand geht ein bisschen auf den Hund, der Oberkörper geht zum Hund hin und wir warten, bis der Hund sitzt. Wenn der Hund sitzt, nehmen wir die ganze Anspannung zurück und warten. Sitzen. Der Hundeführer geht ein Stück zurück. Der Hund sitzt, ist voll in der Aufmerksamkeit und wartet, was sein Hundeführer macht. Das nächste Sichtzeichen heißt, bleib. Wenn ich möchte, dass der Hund bleibt, drücke ich den Hund von mir weg. Bleib, mein Hund. Der Hundeführer holt sich die Aufmerksamkeit des Hundes. Jetzt teilt er ihm mit, er soll bleiben und entfernt sich von dem Hund. Der Hund hat zu warten, bis der Hundeführer ihn entweder zu sich ruft oder wieder zum Hund hingeht. Wir wenden uns dem nächsten Sichtzeichen zu. Leg dich. Der Hund soll sich legen. Die Hand führt den Hund zum Boden. Wenn der Hund liegt, wird die Hand wieder weggenommen und der Hund hat seine Übung gemacht. Der Hund gibt die Aufmerksamkeit und bekommt sein Sichtzeichen für hinlegen. Er befolgt es und hält die Aufmerksamkeit. Das nächste Sichtzeichen bedeutet, komm her zu mir. Wenn ich möchte, dass mein Hund zu mir kommt, muss ich mir diesen Hund zu mir her holen. Die Hände gehen von unten nach oben und der Oberkörper geht zurück. Der Hund kommt her und er wird sitzen, wenn ich stehen bleibe. Die Aufmerksamkeit des Hundes und dann das Sichtzeichen für komm her zu mir. Er kommt und hält die Aufmerksamkeit. Ein weiteres Sichtzeichen haben wir für langsam bei mir. Der Hund soll langsam neben dem Hundeführer laufen. Langsam bei mir. Die Aufmerksamkeit des Hundes wird geholt. Und jetzt kommt das Sichtzeichen. Langsam bei mir. Der Hund geht eng mit dem Hundeführer zusammen. Das nächste Sichtzeichen bedeutet, wir gehen weiter. Weiter, mein Hund. Die Hand führt den Hund und der Hund soll mitgehen. Wir gehen weiter, mein Hund. Die Aufmerksamkeit. Der Hund soll weitergehen. Er soll mit seinem Hundeführer zusammen in die gleiche Richtung gehen. Sie kennen jetzt das Rüstzeug, mit dem Sie sich mit dem Hund über die Körpersprache verständigen können. Und jetzt kommen wir zur Individualdistanz. Sie sollen lernen, wie Sie die Individualdistanz zum Hund einhalten und respektieren können. Die Individualdistanz ist der wichtigste Aspekt in der Erziehung unserer Hunde. Das Einhalten der Individualdistanz zum Hund ist die Grundlage für gegenseitiges Vertrauen. Die für den Hund so immens wichtige Distanz erhalten wir automatisch mit der Verwendung der Sichtzeichen. Wir gehen nie frontal auf den Hund zu. Wir stehen immer seitlich vom Hund. So, bist du ein braves Mädchen. Prima. Kommt der Hund auf uns zugelaufen, gehen wir rückwärts und bleiben stehen, bis der Hund sitzt und treten dann zur Seite. Gut gemacht. Gehen wir rum. Prima. Oder wir lassen den Hund herankommen und kurz bevor er da ist, gehen wir seitlich, heben die Hand und der Hund wird halten und sitzen. So, bist du ein braves Mädchen. Gut gemacht. Wir erkennen, dass hier die Körpersprache spricht. Ja. Erst wenn der Hund diese Übungen über die ausschließliche Körpersprache gelernt hat, dann fügen wir den Sichtzeichen unserer Stimme hinzu. Jedes Sichtzeichen bekommt sein entsprechendes Hörzeichen. Wir wählen zweisilbige Hörzeichen, damit wir unserer Stimme die Härte nehmen. Leg dich klingt weicher als das Hörzeichen Platz. So werden Sicht und Hörzeichen harmonisch miteinander kombiniert. Musik Grundsätzliches haben wir bereits gelernt. Das Einsetzen der Körpersprache, die Beachtung der Individualdistanz und die Bedeutung der Sichtzeichen, die durch mehrsilbige Hörzeichen ergänzt werden. Wir können jetzt unseren Übungen, die der Hund über die Körpersprache gelernt hat, die Stimme hinzufügen. So kann er lernen, die entsprechenden Hörzeichen zu verstehen. Wir nehmen uns das Hörzeichen Sitzen vor. Das Handzeichen wird zunächst mit der Stimme kombiniert. Sitzen, mein Hund. So ist mein Mädchen brav. Gut. Das Ziel ist, der Hund soll später auch ohne Sichtzeichen auf das Hörzeichen Sitzen reagieren. Soll der Hund zu uns zurückkommen, verwenden wir das Sichtzeichen zu mir und fügen wiederum das Hörzeichen hinzu. Das Meisterziel ist, der Hund soll später auch ohne Blickkontakt zu seinem Freund Mensch zurückkommen. Auf diesem Weg sind wir sehr darauf bedacht, den Hund besonders zu loben. Schließlich ist ihm sein Freund Mensch wichtiger als die Ablenkung. Und was machen wir jetzt? Bei dem Sichtzeichen für Bleiben verfahren wir genauso. Bleib, mein Hund. Bleiben heißt Distanz. Der Hund bleibt und wartet so lange, bis sein Freund Mensch ihm sagt, was er anschließend tun darf. So bist du ein braves Mädchen. Er wird zunächst wieder gelobt und dann kommt die schönste Belohnung für das korrekte Bleiben. Der Hund darf laufen. Jetzt kommen wir zur Übung Legen. Der Hund soll lernen, sich zu legen und zu warten, bis er wieder aufstehen darf. Bleib, mein Hund. Dieses Übungsziel erreichen wir mit Hilfe einer Decke, die der Hund kennt. Wir haben sie von seinem Schlafplatz zu Hause mitgenommen. Und wieder soll er sitzen und bleiben. Das hat er bereits gelernt. Wie immer holen wir uns die Aufmerksamkeit des Hundes und laufen gemeinsam zur Decke. Leg dich. So bist du brav. Prima hast du das gemacht. Der Hund liegt und er wird dafür belohnt. Das Bleiben hat er bereits gelernt. Wir erinnern uns, bleiben heißt Distanz. Eine weitere Belohnung kündigt das Ende der Übung an. So ist es. Und? Was machen wir jetzt? Ein anschließendes Spiel mit der Decke belohnt den Hund zusätzlich für das lange, ruhige Liegen. So bist du brav. Auf unserem Ausbildungsweg gehen wir nun noch einen Schritt weiter. Der Hund soll sich ohne das Hilfsmittel Decke, also nur auf das Handzeichen hinlegen. Unabhängig von der jeweiligen Distanz zu seinem Menschen soll der Hund liegen bleiben. Und zwar so zuverlässig, dass ihn auch eine unvorhergesehene Ablenkung nicht zum Aufstehen verführt. Wir holen uns die Aufmerksamkeit und entspannen die Situation. Der Hund darf laufen. Noch näher an den Meistertitel führt uns der nächste Schritt. Das Sichtzeichen legen wird dem Hund nun aus der Entfernung gegeben. Um das Sichtzeichen auf Distanz deutlicher zu machen, vergrößern wir die Geste. Wir heben den ganzen Arm und senken ihn langsam. Und wieder wartet der Hund und freut sich schon auf die Entspannung. Er wird mit einem Leckerchen belohnt und darf anschließend mit seinem Freund Mensch herumtollen. Diese vier Erziehungsziele, Sitzen, Zu mir, Bleiben und Legen, sind das Rüstzeug, das der Hund als Lehrling beherrschen muss. Erst wenn er diese Übungen sicher ausführen kann, ist es für ihn möglich, auch weitergehende Aufgaben zu meistern. Der Zimmermannslehrling ist Geselle geworden. Nun geht er auf Wanderschaft. Er will die Welt kennenlernen und er stellt sein Wissen auf den Prüfstand. In den verschiedenen Werkstätten erkennt er die Rangordnung an und er ordnet sich ein. Auf unserem Ausbildungsweg folgt nun der Hund als Geselle. Das ist die Zeit, in der der Hund die Frage nach der Rangordnung stellt. Geh weiter. Weiter. Gehst du weiter. Geh jetzt weiter. Wir erinnern uns, dass Vertrauen die Grundlage für den gegenseitigen Umgang ist. Erst wenn das Vertrauen gewachsen ist und sich gefestigt hat, dann können wir zur Klärung der Rangordnung übergehen. Wir gehen weiter. In dieser Situation fragt der Hund, ob er all das, was er bisher gelernt hat, immer ausführen muss oder nur dann, wenn es ihm in den Kram passt. Wir Menschen antworten ihm natürlich. Mein lieber Freund Hund, wenn du im Gespräch mit dem Menschen bist, dann gibt es nichts Wichtigeres als das Gespräch. Es liegt also an uns Menschen, die Überlegenen zu bleiben. Dazu müssen wir nur die Spielregeln beachten, die unter Hunden üblich sind. Das heißt, wir Menschen sollten die Dauer des positiven Körperkontakts mit dem Hund bestimmen und nie so lange warten, bis der Hund uns signalisiert, jetzt ist's genug mit dem Streicheln. Ja, wo ist es? Ja, wo ist es? Ja, so bist du. Schluss jetzt. Dies gilt auch für die Begrüßung. Natürlich freut sich der Mensch, wenn ihn sein Hund begrüßt. Doch auch hier liegt es am Menschen, den Kontakt zu regulieren. Er erstarrt in der Bewegung. Der Überlegene signalisiert so mit seinem Körper, die Begrüßung ist zu Ende. Der Mensch im gemeinsamen Spiel mit seinem Freund Hund. Natürlich warten wir auch hier nicht, bis uns der Hund sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das entscheidende Signal kommt immer vom Menschen. So wird klar, dass er in der Rangordnung die Autorität behält. Wir erinnern uns wieder an die Grundsätze der Körpersprache und an die Individualdistanz. Die Körpersprache fördert die Aufmerksamkeit des Hundes. Die Individualdistanz fördert das Vertrauen und signalisiert dem Hund Achtung und Respekt. Das Respektieren der Individualdistanz ist also die dritte Möglichkeit, Überlegenheit zu zeigen. Wir vergessen nicht, negative körperliche Einwirkungen täuschen nur Überlegenheit vor. Folli! Unterschreiten wir die Individualdistanz mit einer schnellen Bewegung, so wirkt diese Situation zunächst bedrohlich auf den Hund. Er fügt sich und sitzt. Diese bedrohliche Spannung lösen wir, indem wir ein paar Schritte zurückgehen. So zeigen wir wahre Überlegenheit, die der Hund respektiert und akzeptiert. Komm mit, wir gehen hier. Gelingt es nicht, die Individualdistanz allein über die Körpersprache zu regeln, so fügen wir die Stimme hinzu. Sitz! Benutzt jedoch der Mensch seine deutliche Stimme unüberlegt oft, wird das zu Missverständnissen führen. Ein immer kommandierender Chef wird von seinen Angestellten vielleicht gefürchtet, aber letztendlich nicht für voll genommen. Wer immer brüllt, zeigt Unsicherheit. Auch dem Erziehungsziel der Leinenführigkeit liegt letztendlich immer die Frage nach der Rangordnung zugrunde, die der Hund in seiner Gesellenzeit stellt. Dabei muss klar sein, unser Hund zieht seinen Freund Mensch nie zu seinem Ziel. Und der Freund Mensch zieht seinen Hund nie an der Leine zurück oder nach vorne. Wir möchten erreichen, dass sich der Hund von sich aus den Bewegungen des Menschen angleicht. Zunächst dient uns die Leine als Hilfsmittel. Wenn der Hund unaufmerksam wird, bleibt der Mensch stehen und weckt somit wieder das Interesse des Hundes. So, so ein braves Mädchen. Und jetzt? Wir gehen hier. Wir gehen hier. So ist brav. Gut, prima, hast du das gemacht. Ganz fein. Ganz liebes Mädchen. In kurzer Zeit wird der Hund gelernt haben, von sich aus zu folgen. Wir gehen hier, komm. Jetzt richtet sich der Hund freiwillig und ohne das Hilfsmittel Leine nach der Gangart seines Menschen. So ist fein. Selbst wenn der Mensch stehen bleibt, stellt auch der Hund seine Bewegung ein. So ist mein Mädchen brav. Gut. Hast du schön gemacht. Prima. Das Lernen des Fußgehens baut auf den Vorübungen mit und ohne Leine auf. Langsam bei mir. So ist brav. Der Hund soll sich jetzt der Schrittlänge seines Menschen genau anpassen. Tut er dies nicht exakt genug, wiederholen wir die Übung. Langsam bei mir. So ist recht. So bist du brav. Jetzt sind wir zufrieden und kommen zum nächsten Erziehungsziel. Der Hund soll jetzt lernen, auf ein Höhe- und ein Sichtzeichen weiter zu laufen. Das kann der Hund nur dann, wenn er eine gewisse Distanz hat. Gut, mein Hund. Weiter. Der Hundeführer läuft mit, damit der Hund auch animiert ist zu kommen. Wir stoppen ihn. So ist recht. Prima. Weiter. So bist du brav. Wieder gestoppt. Eine Distanz. Weiter. Die Übung wird beendet. Der Hund sitzt. Und wird gelobt. Der Hund hat jetzt gelernt, heranzukommen, zu stoppen und weiter zu laufen. Und jetzt wollen wir das anwenden auf die große Entfernung. Volli. Der Hund kommt schnell heran. Der Hundeführer versucht, den Hund zu stoppen. So bist du brav. Anschauen. Gut. Und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt sind sie ihm vertrauensvoll verbunden. Und jetzt sind sie ihm vertrauensvoll verbunden. Das Vertrauen und die Frage nach der Rangordnung zwischen unserem Hund und seinem Freund Mensch ist geklärt. Wir haben den Meistertitel für unseren Hund schon fast erreicht. Jetzt muss der Hund noch lernen, Handlungen zu unterlassen, für die er zu viel Motivation hat. Ein Hase, ein Hase, ein Jogger oder ein vorbeifahrendes Auto, sie werden sonst zu Objekten der Begierde. Auf dem Weg zum Meister ist die Ablenkung zwar interessant, aber dem Hund soll sein Freund Mensch immer wichtiger werden. Unser Ziel, eine zuverlässige Verbundenheit, die in jeder Situation bestehen bleibt. Eine eigentlich alltägliche Situation. Beim Spaziergang begegnen sich zwei Hunde. Doch auch hier kann es manchmal schnell dazu kommen, dass die starke Verbundenheit zwischen Mensch und Hund wichtig wird. Auch wenn ein unerzogener Artgenosse unseren Hund massiv provoziert, ist dieser zwar beeindruckt, er würde auch gerne Kontra geben, doch er verhält sich wie ein Meister. Er entschließt sich dazu, mit seinem Freund Mensch eng verbunden zu bleiben. Der Hund soll lernen, unter Ablenkung zu gehorchen. Dazu werfe ich ihm ein Aportel, das er liebend gerne haben möchte. Aber er muss erst zu mir kommen. Zu mir! Abortel! Ja, so bist du brav! Der Hund hat gelernt. Die Aufmerksamkeit zu seinem Freund Mensch ist immer das Wichtigste. Alles andere, und sei es noch so interessant, muss dem nachstehen. Dankeschön. Gut gemacht. Doch nicht nur das. Bei den Meisterübungen soll die Aufmerksamkeit so weit gesteigert werden, dass eine sichere Verbundenheit zum Menschen auch ohne Blickkontakt möglich ist. Leg dich! Wo beim Gesellen die äußere Bindung in Form der Leine noch notwendig war, ist beim Meister die innere Bindung nun so stark geworden, dass auf dieses Hilfsmittel verzichtet werden kann. Zu mir! Der Hund nimmt als Meister freudig und bedingungslos Kontakt zu seinem Freund Mensch auf. Je mehr Verbundenheit uns zu unserem Hund gelingt, umso mehr Freiheit können wir ihm letztlich zugestehen und ihm somit ein möglichst hundegerechtes Leben bereiten. Wir haben jetzt gelernt, wie wir unseren Hund würdig und verantwortungsbewusst erziehen. Wir haben auch gelernt, wie wir ihn in der Ausbildung vom Lehrling zum Gesellen und zum Meistertitel führen. Dabei haben wir erkannt, nicht die Gewalt erzieht den Hund, sondern das klug eingesetzte Einfühlungsvermögen des Menschen. Erlauben Sie mir noch ein abschließendes Wort zu dem, was Sie gesehen haben. Verhaltensbeobachtungen haben gezeigt, dass dem Hals des Hundes eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Am Hals wird die soziale Rangordnung geklärt. Wir können den Hals daher als die soziale Empfangsstation benennen. Der Nacken und die Kehle des Hundes dienen zur Klärung der Überlegenheit und der Unterlegenheit und die beiden Seiten des Hundes rechts und links sind den intimen Freunden des Hundes vorbehalten. Zu den intimen Freunden gehören die Rudelangehörigen des Hundes und die Menschen, die in engstem Kontakt mit dem Hund leben. Was heißt das in der Praxis? Legen wir unserem Hund ein normales Halsband an, befinden wir uns auf einem äußerst sensiblen Boden. Jeder Ruck, jeder Zug an der Leine wirkt direkt auf den Hals ein. Immer wieder wird also die Frage nach der Rangordnung gestellt, bleibt aber unbeantwortet, weil sich der Mensch mit dem Ruck an der Leine begnügt. Der Hund setzt sich also entweder darüber hinweg und zieht erst recht, oder aber er wagt es aus Angst vor Verletzung seiner sozialen Empfangsstation nicht mehr, nach vorne zu gehen. Doch wir haben gelernt, den Hund nicht über körperliche Gewalt zu erziehen. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, den Hals des Hundes zu schonen. Mithilfe eines Brustgeschirres können wir beim ziehenden Hund zumindest die Einwirkung über den Hals vermeiden. Wir ersparen ihm damit soziale Missverständnisse und gesundheitliche Schäden im Hals- und Wirbelsäulenbereich. Natürlich ist das angepasste Brustgeschirr noch nicht die Lösung für den ziehenden Hund. Dafür gelten unsere Erziehungsgrundsätze und eine wohlwollende Konsequenz, am besten vom Welpenalter an. Wenn Sie die Grundsätze der würdigen Erziehung befolgen, werden Sie viel Freude an Ihrem vierbeinigen Freund haben. Und auch Ihr Hund wird sich wohl an Ihrer Seite fühlen. Ein aufmerksamer Partner, der sogar in der Lage ist, menschliche Schwächen auszugleichen. Ihr Hund wird Ihr ständiger Begleiter sein können, den Sie überall hin mitnehmen können. Ob in die Stadt, in den Urlaub oder ins Hotel. Und auch Ihre Mitmenschen werden Ihren wohlerzogenen, freundlichen und zugänglichen Hund positiv annehmen. Wir haben die Kunst gelernt, mit dem Hund zu reden. Ohne viele Worte, mit viel Körpersprache, Lob und positiver Zuwendung. Denn unser vierbeiniger Freund ist problemlos abrufbar. Er folgt seinem Freund Mensch, ob mit oder ohne Leine. Und er kann warten, wenn es von ihm gefordert ist. Er beherrscht das, was wir Menschen fast schon verlernt haben. Die Kunst, aufmerksam zuzuhören. Unser Hund kann nun im Zusammenleben mit dem Menschen ein echter Partner sein und trotzdem Hund bleiben. Einer Freundschaft fürs Leben steht damit nichts mehr im Wege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017